Die Rebekka schiebt in den Vordergrund und das in geradezu vorbildlichster Art und Weise. So, und da kommt die Sylvie. Das bedeutet, wir haben ein Ergebnis. Lecko mio, das war aber spannend. Lecko mio! Leck mich am Arsch! Ich kack mir auf die Füße. Mann, das gibt's doch gar nicht. Lecko mio. Ich habe ein neues deutsches Wort gelernt. Lecko mio! Lecko mio! Ich pickel mich voll, du! Bisschen Contenance, jetzt wird's spannend, Entscheidung und so. Mann, leck mich fett! So!